Moin, ich bin Marius Ronshausen, ich bin 26 Jahre alt. Ich studiere jetzt im sechsten Semester am Fachbereich 6 Luft- und Raumfahrttechnik und zwar Luft- und Raumfahrttechnik in der Vertiefung Raumfahrt. Es gibt definitiv ein Event, was ich nicht vergessen werde und zwar habe ich Ende des vierten Semesters an der Flugmesswoche teilgenommen. Da fahren wir eine Woche lang zu einem kleinen Flugplatz an der Nordseeküste und machen Flugversuche mit den hochschuleigenen Flugzeugen. Und da hat auch einer der Professoren ein eigenes Flugzeug mitgebracht. Schon eine kleine Besonderheit ist im Endeffekt ein Flugzeug Oldtimer gewesen, der aber einiges auf dem Kasten hat und ich bin in dem Modell mitgeflogen und das war durchaus sehr sehr unterhaltsam. Das hat echt Spaß gemacht, also das vergesse ich nicht. Und auch als kleine Ankündigung, es könnte noch getoppt werden, weil wenn es klappt, starten wir in so neun Monaten ein Experiment auf einer Rakete. Also das im Studio mitmachen, das wäre schon ziemlich geil. ist es, dass wir jetzt gemeinsam viele Sekunden verördecken. glaube ich jetzt, dass wir in der Tatort anbringen, weil wir wir es noch einen gibt. Also das sind die Neubegerät, wir wissen, also nurULL Sind, die dazu erzählten wir uns zu wissen, es ist, das wäre schon egal. und wir wollen, wenn wir es dann zu einem ganzen Morgen gut話, weitergehen. Und dann Enfin, wenn wir uns die Zeit da gebeut?